Hallo Leute und es geht weiter mit The Walking Dead, der ersten Staffel und in der zweiten Episode jetzt Hunger und Hilfe, es geht weiter, viel Spaß. Laden, 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 laden. Komm schon, wir wollen die zweite Episode alle sehen. Ha. Lädt aber ganz schön lange. Hätte ich ja noch ein bisschen quatschen können. Aber ich fang gar nicht erst an. Gleich geht's in mich los. Ich weiß, wer du bist. Ich habe noch eine gute Idee. Du bist alle selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern nach Hause kommen. Und du, du schaust an die Front Door. Du bist unser Lookout. Das ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay, Carly. Du kannst du in mit Doug. Du hast es, Boss. Son of a bitch. One of them is bitten. Wir reasonen mit ihm. Mit dem bloody enden mit Axe Handel, maybe. Nobody threatens my boy. Oh my God. And I don't give a shit about what happens to you, but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Oh my God. Drei Monate später. Drei Monate später. Amidaаюсь. What'd they get this time? Looks like a rabbit. Well, that's another meal lost. I still can't believe we went through all that commissary food in three months. It seemed like so much at the time. Maybe you shouldn't have opened the door. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. A rabbit's hardly a meal, Mark, but I'd take it. We're all hungry. No kidding. When I accidentally grabbed for Carly's rations the other night, I thought she was going to take off my hand. We're all on edge. Just cut us some slack. Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. We'll manage. Maybe. You know, some people aren't too happy about the way Lily's handling rations. Nobody knows it's important to keep the adults fed and functioning. Sometimes that means someone's got to miss a meal. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Yeah, between the lack of food and Kenny and Lily fighting all the time, things are getting pretty tense back at the motor end. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Hmm. Kenny wird uns nicht verlassen. Hmm. They've got a wife and son to look out for. And they're safest in a big group. Going out on his own will get them all killed. Can't blame them though. Did you hear Larry going off on them last night? We'll see old guys deal anyway. Seems like he's got a problem with you in particular. Er ist ein alter Rassistenarsch. Er hält mich für gefährlich. He thinks I'm a danger to the group. And Clementine. I think he's the one putting us in danger. The way Lily worries about his health. I wouldn't be surprised if she's been skimming rations for him. And I know Lily thinks he's getting weaker. But the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Hmm. Knock me flat. Oh ja, das hat er. Du darfst keinen leer machen. Triffst du diesen Schuss? Schieß. Okay. Naja, wir brauchen Essen. Scheiße. Zu viel Lärm. Mist. Und nicht getroffen. Oder hat er zuerst geschrien und deswegen hat er daneben geschossen. Oh, was ist los? Oh nein. Jesus Christ. Oh, shit. Nein, nein. Bitte nicht töten uns. Wir wollen nur unsere Lehrer helfen. Wir gehen, ich versuche. Leek. Sind Sie alle okay? Geh, 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 geh. Travis, vielleicht können sie helfen. Shit. Das sind die gleichen Leute, die unser Camp raiden. Und wir haben kaum abgeholt. Was, Leute? Wir werden denen nicht wehtun. Was ist, was passiert? Was ist, was passiert? Was ist, was ist passiert? Mr. Parker sagte, wir sollten auf die Straße bleiben. Wir wollten sich auf die Straße, aber... Oh, Mann. Wurde er gebissen? Okay. Nein, nein, nein. Das war klar. Durch den ganzen Lärm. Okay. Was soll ich machen? Ich kann ihm nur das Bein abpacken. Ich sehe das schon kommen. Shit, 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 shit. Shit. Ja. Doch, doch, doch. Ja, was soll ich machen? Ja, dann versuch... Versuche ich's. Shit, okay. Es geht nicht anders. Komm. Jetzt aber schnell. Wenn du schon anfängst, dann schnell. Mach. Boah, fuck. Boah, es ist so eklig. Es ist so furchtbar. Es ist einfach schrecklich. Ja, und dann auch noch diese tolle Nahansicht hier vom verstückelten Bein. Ja, jetzt verliert er richtig Blut. Das muss jetzt abgebunden werden. Jetzt verblutet der. Ja, dann aber weg mit ihm. Scheiße. Er ist live, grab ihn und los geht's! Gehen. Behind you. Travis! Come on, come on. We got to move. Ah. Ah. Oh, my God. Ah. Help me. No. The Walking Dead Episode 2 Hunger und Hilfe The Walking Dead 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 The Walking Dead